Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zu der nächsten Club Tour hier, beziehungsweise ich möchte mal auf so eine Problematik eingehen, die ich jetzt nicht neu entdeckt habe, aber die mich ein bisschen stört. Und zwar gibt es ja zur Zeit, das Tots ist rausgekommen, das Most Consistent, sowohl Bronze, Silber als auch Gold. Ich schätze mal, dass als nächstes, dass der Barclays Premier League folgen wird, dann die Bundesliga, dann die BVA und dann die Liga, dann noch Serie, aber wahrscheinlich Vorliga, so rum. Mein Geheimtipp, so in welcher Reihenfolge das alles kommen wird, weil ich meine, so war das letztes Jahr. Ich bin mir allerdings nicht sicher, aber ich meine, es war so. Also, das Most Consistent ist ja klar, dann kommt BPL, Bundesliga, BVA, Serie A, Liga. Ich meine, das war es, aber wie gesagt, sicher bin ich mir nicht. Ja, und ich kann euch mal kurz mein aktuelles Team zeigen. Mein aktuelles Team besteht aus Silberspielern der Fußball-Bundesliga, der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, ich glaube, hier ist jetzt auch so direkt kein Absteiger mit drin. Nö, bloß HSV ist ja noch nicht ganz safe, beziehungsweise ist das noch gar nicht safe. Die spielen noch Relegation jetzt gegen den KSC. Und genau, warum? Ist eigentlich relativ einfach, weil es gerade Turniere gibt. Und zwar, die kann ich euch nur ans Herz legen, das sind wirklich Turniere, die sich lohnen. Rein vom Aufwand her. Und zwar, es gibt gerade Community Bronze, Community Silver und Community Gold. Ja, die beiden habe ich jetzt online schon gewonnen. Sowohl Gold als auch Silber. Bronze muss ich mich nur ansetzen, laufen aber auch noch zwei Tage. Von dem her habt ihr auch noch genügend Zeit, euch da ein Team zusammenzubauen und dementsprechend dann da das Ding klar zu machen. Offline tue ich mich ein bisschen schwer. Gold habe ich mich noch nicht rangewagt, weil Legende ist mir dann noch ein bisschen zu hoch. Mit Weltklasse tue ich mich auch extrem schwer. Beziehungsweise es wird halt richtig hart, wenn ich gegen Leute wie, oder was halt Leute, sondern gegen Mannschaften wie Barcelona, Real Madrid oder Bayern München spiele. Da kriege ich dann halt immer auf den Sarg, obwohl ich auch die überlegende Mannschaft bin. Aber ich schaffe es dann einfach nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Und dementsprechend fliege ich da immer im Halbfinale oder im Finale raus. Und ja, ich werde da wahrscheinlich noch einen Versuch starten. Aber wenn ich es dann nicht schaffe, ist es auch rum. Genau, und ihr erhaltet sowohl Offline als auch Online immer beim ersten Mal natürlich 7000 Coins und ein 50k-Set. Also das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Für alle, die sagen, sie schaffen es gar nicht gegen diese Schwierigkeitsgrade oder Online ist es auch zu blöd. Also den Browser Offline sollte man, denke ich mal, schaffen. Ich kann ja mal kurz reingehen, um zu gucken, was da für Mannschaften auf einen warten. Ja gut, also das ist, glaube ich, ein machbares Ding, wenn man sich da ein halbwegs gescheites Team zusammenbaut. Also Browser könnte auf jeden Fall versuchen. Ich denke, das sollte fast für jeden eine machbare Sache sein. In den 50k-Sets habt ihr natürlich die Chance auf ein erstes Mal geiles Team of the Week. Bürki, dann Otamendi, sprechen wir das so aus, oder? Otamendi, ja. Silva, Rakitic, Touré, Stindl, ich weiß gar nicht, wie er, Rose heißt er, glaube ich, ja. Rekordbreaker, Mané, dann hier vorne noch Raphael, Schmeichel, Payet, auch ein sehr geiler Zehner, muss ich auch mal ausprobieren. Genau, und dann habt ihr natürlich noch die Chance auf die Totspieler. Ich glaube, bei den 50k-Sets könnt ihr nur die Goldspieler ziehen, weil das ja auf Goldspieler mehr oder weniger beschränkt ist. Von dem her habt ihr da aber auch die besten Chancen, dann was Gescheites zu ziehen, sage ich jetzt mal. Genau. Ich kann euch auch mal kurz zeigen, was ich in diesem Silberpack hatte. Also, ich glaube, in diesem ersten Pack, was ich durch den Goldpokal gewonnen habe, da kam nichts Gescheites bei rum. Ein paar Verträge, die hier auslaufen, fällt mir gerade auf. Ich hatte es allerdings in dem letzten, den kann ich eigentlich mal verkaufen, der sollte gerade ein bisschen mehr Geld bringen. Ja, jetzt gehen wir hier erstmal alles durch, genau, ist denn, na, ich hätte auch einfach auf Goldsuche stellen können. Ja, genau, hier, in meinem letzten Pack hatte ich dann Iniesta drin, dann laufen halt, läuft. Und, ja, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Grundproblematik, die ich aktuell hier empfinde. Ihr seht ja, ich habe 41.000 Coins und die würde ich halt auch demnächst mal gerne in Spiele investieren. Gerade zum TOTS gibt es ja immer die eine oder andere Karte, die man sich gerne mal gönnen könnte. Aber die Price Ranges versauen gerade auf dem PC so einiges. Also, wir können ja einfach mal kurz gucken, ähm, hier, das sind halt, ja, ich weiß nicht, aber sie müssen sich da auf jeden Fall für FIFA 16 was Neues einfallen lassen. Weil, mit den Price Ranges machen sie einfach den kompletten Markt kaputt, ähm, oder was heißt kaputt, aber es ist einfach so, ich finde auch, dass die, ähm, Ausgaberate von Team of the Season Spielern, gerade bei Most Consistent, extrem hoch ist. Also, ich meine, klar, man kennt das ja, man guckt irgendwelche Pack Openings von irgendwelchen YouTubern und, äh, dann haben die halt auch mal kurz in einem Pack Opening gefüllt, 20 von diesen, äh, Team of the Season Spielern. Allerdings muss ich auch sagen, finde ich es ein bisschen heftig. Ich meine, auf dem PC hält sich das immer noch so ein bisschen in Maßen, weil auf dem PC generell, ähm, natürlich viel weniger, äh, Inaktivität, Aktivität stattfindet. Äh, somit natürlich der Markt jetzt hier nicht, äh, geflutet von irgendwelchen Team of the Season Wellen. Allerdings, ähm, ja, sind halt auch einfach die Spielerpreise hier in Bar für 170k, das, äh, das zahlt doch kein Mensch, äh, das ist halt, sie müssten sich da was einfallen lassen, ähm, so eine, ähm, ja, wie sagt man es am besten? Am besten erstmal die Community den Preis regeln lassen und dann die Price Range auf diesen Preis einstellen, sodass man das ungefähr, äh, hat. Das heißt, man kann ja sagen, man macht den ersten Tag, ähm, lässt man die, äh, Community den Preis einstellen oder, äh, noch besser, ähm, man, man nimmt die Price Ranges wieder komplett raus, lässt die Leute dann einfach auf den Markt stellen und dann so nach, nach drei, vier Stunden ungefähr, ähm, guckt man dann halt, okay, das ist so der Durchschnittspreis und von diesem Durchschnittspreis darf man, pauschal gesagt, jetzt nicht mehr als 10% abweichen, das heißt, ähm, ich hätte das dann halt irgendwie, äh, ja, mit einem Skript oder sonst was so gelöst, dass man sagt, äh, je nachdem wie der Preis halt aktuell ist, bewegen sich auch immer die 10% mit, das heißt, dass da immer eine Aktualität herrscht und somit aber, ähm, zwar die Community den Preis bestimmt, allerdings, äh, die Spieler jetzt nicht für Umsummen mehr oder von irgendwelchen Vollidioten halt für wesentlich weniger draufgestellt werden können, sowas meine ich halt. Und ich glaube, wenn das der Fall wäre, ähm, und man auch noch eingreifen könnte, das heißt, wenn, wenn das jetzt so der Fall ist und dann sagen aber irgendwelche lustigen, äh, Vögel dann, ja, gut, dann nehmen wir jetzt halt irgendeinen Bronze-Spieler und, äh, gucken, dass wir den auf dem Markt irgendwie, äh, Price fixen, dass der dann bei einer Million oder so liegt, ja, da müsste man natürlich durchgreifen, aber es wird halt mit den Price Ranges, ja, das, das macht halt auch kein Spaß und vor allem für alle die, die jetzt ein Team of the Season oder so ziehen, die können den ja gar nicht verkaufen. Da, da sitzt du ja praktisch auf den Spielern fest und dann musst du sie nachher abstoßen, was ja auch totale Bullshit ist. Hier, man, nee, 280.000, kommt auch keine Sau. Genau, und bei Silberspielern, ich hab da immer so meine, ähm, meine kleinen Leute, wo ich mal nachguck, ähm, Savica ist zum Beispiel so einer, dem seine Karte extrem geil aussieht, aber die ist halt auch, ähm, ja, sogar noch, bisschen zu teuer, glaube ich, also, wo, wobei die oft gekauft wird, so im Verhältnis, aber zum Beispiel von so Leuten wie Callum Wilson, ja, der auch letztes Jahr schon eine extrem geile Tots-Karte hatte, damals auch im Bronze-Bereich, gibt es nicht. Den gibt es nur in der Normalversion, richtig ärgerlich. Und du hast ja nie die Chance, solche, solche Spiele mal auszuprobieren, das finde ich extrem schade. Hier von Dini, da gibt es öfters den, die Hero-Karte, als den Tots von ihm. Und das sind halt Sachen, die müsst ihr echt mal in den Griff bekommen. Und, ähm, ja, das war es eigentlich so viel, äh, oder das war es so viel. Das war es, was ich zu dem Thema mal loswerden wollte. Also einfach mal vielleicht auch die ganze Sache ein bisschen anders angehen, dass sie da gegen diese Coin-Selling-Geschichte, Selling-Geschichte vorgehen wollen. Ist mir schon klar, aber das müssen wir anders regeln, weil so, äh, ja, wird das in FIFA 16 auf jeden Fall nicht viel Spaß machen. Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, dass die, in der kommenden Woche, ähm, eine neue Folge der Road to Glory kommen wird. Und, ja, ihr könnt mir ja mal gerne eure Meinung zu der ganzen Price-Range-Geschichte in die Kommentare schreiben. Generell, wie ihr das Problem auch lösen würdet, denn, ähm, die Ansätze für eine, äh, ja, für eine bessere, ähm, ne, was, für eine bessere Spielfreude am Spiel, so, genau, sind ja da. Allerdings ist die Umsetzung oder beziehungsweise die Idee an sich halt ein bisschen, naja, misslungen, möchte ich mal sagen. Genau, also falls ihr da vielleicht auch irgendwie andere Ideen hättet, wie man das ganze Problem lösen könnte, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, schüssig aufs G und tschau. Tschüssin. Tschüssin. Tschüssin.